Hallo Freunde, ich bin auf dem Weg zum nächsten Punktspiel mit Team Sporting und ja, vielen Dank für eure fleißigen Stimmen auf der Homepage von Zockerdudes.de. Die meisten haben auf Sieg getippt und ich hoffe genau das wird passieren. Ein schöner Sieg, drei Punkte täten unserem Konto gut. Wir sind Erster immer noch, die Tabelle wurde aktualisiert und ich werde später ein Video mit dem Ergebnis machen für euch. Und da werde ich dann auch die Tabelle verlinken, dass ihr die also einsehen könnt und ja, bis dahin wünscht mir viel Glück und ja, was bleibt zu sagen, auf ein schönes Spiel. Bis dann, tschüss!